Herzlich Willkommen zurück zu einem weiteren Fall von dem Wulff mit dabei 580 wieder. Ja, leider, ja, was heißt leider, ist immer nur so, dass wir immer noch zu zweit sind, richtig. Uns keiner möchte mehr, David will uns nicht mehr, Wulff will uns nicht mehr, ja. Ja, alle spielen ein trauriges Lied dafür, ja, naja, macht ja nix. Ja, klar, ist auf den Ding-Knopf gekommen, naja, ja, ja, so kann das gehen, wenn man sich auf Reaktor nachfüllen, wichtig. Und jetzt kommt das schönste Lied von A. Ja, wer sich fragt, warum hier ein Lift ist, ganz einfach, um liften, um zu liften. So, jetzt komme ich weiter wieder zu. Es sieht interessant aus. Ja, da fehlt doch Top Harvester, da fehlt eben ein Bugdatenkompatibel. So. Ah, hier Giftpuder, 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 was machen wir aus Giftpuder? Pudergift. Wenn du Zeit hast. Ja. Alle giftigen Kartoffeln sofort in einen Meserator und klein hacken. Giftige Kartoffeln, okay. Giftige Kartoffeln, können wir machen. Da sind aber keine giftigen Kartoffeln drin. Doch, natürlich. 82. Ja, genau. Okay, und wo rein, in den? In Meserator oder Pulverizer. Ah, wa? Ehrlich? In Zerkleinerer? Mhm. Okay, das geht jetzt tatsächlich. Was kommt denn da raus? Gift. Oh, wow. Ich stelle jetzt Gift her. Oh, ho, 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 ho. Das ist der Giftmischer. Giftmischer. Von mir. Ja, aber für was brauchst du das Gift? Äh, das Gift brauche ich für die... Ähm. 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 Stunden später. Ähm. Das Ding ist langsam. Jaja, ist egal. Das passt schon. Für, ah, hier. Für Dünger. 44, 35. Da haben... Ne, brauche ich gar nicht. Nicht für, ähm. Pff. Also ich brauch den Dünger. 44, 35. Kannst du mal den Dünger herstellen? Äh. Welche ID nochmal? 44, 35. Äh, 44, 53. 44, 53. Genau. Den stellst du mir mal her. Äh. Geht nicht. Sondern in der Mevo passendät. Ne? Hm? Crazy kacke her. Jaaa, ich hab keine Schreinerei. Was? Wo war das nicht? Jaaa, ich hab keine Schreinerei. Ähm. Ja, ich brauch ne Schreinerei. Ähm. Ich brauch da eine Kotstuhle und da brauch eine Kiste und Wasser. Aber ich hab keine Kotstuhle. Du brauchst du auch raus, wenn du einen Recycler baust. Ja, keine Schrotkuh. Wenn du einen Recycler baust. Ja. Ein Recycler ID. und das sollte der recycler sein 6 6 dampf kocht ich habe keine scheißerei schreinerei schreinia hab ihn nicht doch haben wir ja wo hat wuff die wuff ist ja nicht da warum acht bilder in der sekunde ich weiß nicht ich glaube ja ich weiß ja dass wuff eine kette hatte aber irgendwo ist sie weg naja die ist beim letzten mal einfach mal so verschillt worden naja musst du denn die kreis ja ok dann weiß ich es warte mal kurz weißt du wie du das rezept herstellst das war jetzt eine ernsthaft gemeinte frage du was für ein rezept für schrott schrott wie zum beispiel creating schrott wie fast bald brauchst du ja trotzdem schrott dafür ja 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 und wie stellt man schrott aus was stellt man schrott ne irgendwas funktioniert hier nicht schreinerei schreinerei ne du brauchst eu strom und äh 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 recycler schreinerei brauchst du gar nicht craften du brauchst die du brauchst den die schreinerei ist eigentlich nur da zu tun die Sachen zusammen zu führen ja was brauchst du jetzt genau ein recycler ist doch ein recycler ja aber ich kann nicht äh ich kann dir sagen das können wir ganz einfach lösen wir haben doch bestimmt noch ein paar tote Pipes ne was für tote Pipes Pipes die einfach nur da sind um etwas zu vernichten äh Löschpipes ja Löschpipes genau wenn wir dort den recycler anbauen zum Beispiel bei er sagt nicht bei der Endockberry das ist ganz vergessen so schnell kann der gar nicht hinterher wumms wir haben doch da die eine pipe dort hinten für die Mobfarm und da werden ja ab und zu Sachen vernichtet auch die können wir zu schrott verarbeiten ja du meinst jetzt die äh Mobfarm wo zurzeit außer Betrieb ist ja genau ja könnte man schon machen aber dann wir hätte können wir ja so viele Sachen reinschmeißen die wir nicht mehr brauchen wenn du das sagst ja aber ein recycler bauen und dann brauchen wir einfach nur ein ähm ähm was ist das Ding der braucht EU Strom gell ja ja ich weiß das wollte ich hier gerade erklären wir brauchen äh dazu brauchen wir eine Solaranlage das ist super die wir dort hinstellen können oben wir brauchen keine Solaranlage wie können wir die mit Strom befeuern warum kann ich das Rezept da nicht rein tun warum kann ich das Rezept da nicht rein tun war ich wichtig eigentlich gerade das sind nicht ne ich dachte schon ich wäre wichtig gewesen ne ja eben ne ne ich kann gar nichts herstellen mit äh mit Dings anstreben ich verstehe nicht der hat irgendwie Probleme mit den Herstellungen von den äh von den Items sagt ne das ist vor oder ja das ist auch brutal kein Plan wie du das machen willst auf jeden Fall brauchen wir einen Recycler Problem ist denn nur noch die Stromversorgung und die müssten wir ja dadurch EU machen wär ja kein Problem wir haben ja EU Ding wie oder noch irgendwie einfach einen Generator könnte ich auch hinstellen äh das ist sehr groß also Holz haben wir ja wirklich genug aber schreiben wir uns das mal ganz auf was wir dann machen wollen und dann was ich brauche auf jeden Fall muss ich aufschreiben weil ich nenne jetzt wieder Ende Ende im Gelände? ok ok Leute das war's wieder bis zum nächsten Mal tschau 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 so das war Nummer 7